Ich war als Kind nie beim Friseur. Meine Mama hat immer gesagt, ich schneide dir die Haare. Spart Geld. Habe ich mir aufgedacht, als ich mir in der Quarantäne ein Pony geschnitten habe. Wir testen eine neue Frisur. Let's go! Hallihallo, meine Lieben. Warum machen Fliegen immer so? Über was freuen die sich? Ich frage mich jeden Tag, soll ich meine Haare waschen oder soll ich einfach einen Zopf machen? Die Ant... Achtung, meine Güte. Die Antwort ist immer Zopf. Cool. Immer wenn ich Ohrringe trage, ich habe Angst, hängen zu bleiben und mir die Ohrläppchen so rauszureißen. Ich habe einmal so ein Video gesehen, wo ein Kind seiner Mama die Ohrringe rausgerissen hat. Entschuldigung. Meine Damen und Herren, das ist die fertige Frisur. Süß!